Hey Anna, kannst du mir kurzes Brötchen aufschneiden? Ist zwar ein Rechtshändermesser und du bist ja Nixhänderin. Wenn, dann kann ich das auch gar nicht machen. Das müsste dann jemand anderes machen. Das war jetzt nur eine Idee von mir, weil ich kenne mich damit nicht aus. Ich wüsste überhaupt nicht, wie ich sowas machen soll. Also, was Schnitt angeht und irgendwas und keine Ahnung. Ich bin da, glaube ich, noch schlechter als du, Dion, weil du hast das ziemlich gut gemacht. Aber war ja auch eher so Ironie. Ja, ist okay, dann mach ich es halt selber.